Hallo! Na? Hör auf zu lachen! Hör auf zu lachen! Hör auf zu lachen. Okay, wir lachen heute nicht. Meine werten Damen und Herren, das sind die Wasserrutschen-Fails, die wir uns heute ansehen werden. Wenn du lachst, dann verlierst du. Okay. Gut, wir fangen an, aber langsam. Okay. Ohne zu lachen. Eine Mine verziehen, direkt verloren. Okay? Also wir machen Hardcore Edition, sagst du? Absolut Hardcore. Okay. Bist du bereit? Wenn ich auf diesen Knopf gedrückt habe und du lachst, sofort verloren. Okay. Go! Okay, das ist einfach ein Typ, der da runterrutscht. Ganz ruhig. Oh, das ist ein Hund, der einfach so... Okay, ganz ruhig. Ich muss von da nicht lachen. Ich auch nicht. Oh. Oh Gott, da muss ich auch nicht lachen. Uiuiuiui. Also rutschen die da auch zu zweit runter. Und die ist einfach komplett rausgeflogen, ne? Oh, okay. Oh mein Gott, das ganze Ding ist einfach kaputt gegangen, ne? Ja, aber muss ich nicht lachen. Muss ich auch nicht lachen. Gar nicht. Power. Wohin ist der da überhaupt gerutscht, gell? Der ist einfach... Das sieht nicht gut aus. Der hat, glaube ich, einen... Das ist der Weg zum Mount Everest. Ich weiß nicht, warum die Leute ein T-Shirt tragen und so einfach eine normale Hose. Okay. Ja, vielleicht hatten die einen spontanen Badeausflug. Aber wir haben auch in unserem Wasserpistolen-Video, haben wir auch Klamotten getragen. Nein, ich hab ne Badehose angehört. Stimmt, wir hatten Badehosen an. Währenddessen wir uns die ganze Zeit hier unterhalten, läuft der immer noch... Warum darfst du? Ich hab nicht gelacht. Ich meinte, währenddessen der da hochläuft... Währenddessen der da hochläuft, schauen wir dieses Video an. Er läuft hoch und... Was? Das komplette Ding bricht auseinander. Oh mein Gott! NIEMALS! Oh mein Gott! Komm, wie der sich wegschmeißt. Ich muss mich lachen. Ey, sowas bin ich aber schon mal gefahren. Echt jetzt? Ja. Oh, hab ich mal... Also 1 zu 0 für... für dich. Was heißt hier 1 zu 0? Du hast zu mir gesagt, wenn man einmal lacht, ist das Video zu Ende. Nein, das hab ich nie gesagt. Wenn du lachst, das hab ich nie gesagt. Doch. Wow! 3D einfach. Juhu! Jeha! Okay, du hast jetzt einen Punkt mehr als ich. Aber ab jetzt wird gar nicht mehr gelacht. Gar nicht mehr. Ich lach schon die ganze Zeit nicht. Hast du dir mal aufgefallen? Ich werd nie wieder lachen. In meinem gesamten Leben. Nie wieder! Was denkst du? Mit blau oder gelb? Gelb. Ich glaub, die sind sogar exakt gleichzeitig. Oh! Hey, so eine Hüpfburg brauch ich mal für meinen Geburtstag. Achtung, Achtung, Achtung! Oh nein, wohin springt der? Oh, oh, oh! Der springt raus! Der springt raus! Bitte nicht! Da hab ich mir mal richtig krass, hab ich mir mal den Rücken verlenkt auf sowas. Echt jetzt? Ja, Mann. Guck mal, der fliegt jetzt auch raus. Da hab ich auch sowas gemacht und bin falsch aufgekommen und hab ich mir den Rücken verlenkt, als ich so sieben war. Du hast dir den Rücken verlenkt, als du sieben warst? Ja. Und da hab ich keine Luft gekriegt und dann mussten die mich da wegbringen und so. Und was ist dann passiert? Bist du dann nie wieder Rutsche gefahren? Da hatte ich immer Probleme mit dem Atmen, wenn ich auch falsch. Hey, 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 hey! Du hast gelacht, gell? Du hast gelacht! Du hast mich versucht mit deiner sentimentalen Geschichte zum Lachen zu bringen, aber ich hab nicht gelacht. Mach weiter. So, jetzt gucken wir uns nochmal diesen Jungen an. Okay. Ganz easy. Oh, da fliegt jemand. Nicht schlecht. Nicht übel. Das war Entchen. Nicht übel. Der ist gleich wie der andere Junge auch, nur dass es bei ihm nicht so gut lief. Okay. Alter, der slidet einfach im Stehen. Ich glaub, du musst lachen. Nein, ich hab gar nicht gelacht. Null. Oh. Nein, das find ich nicht witzig. Extrem lustig. Was ist das? Alter, das ist ein richtiges Teilenparadies. Au! Das ist mies, Mann. Der ist einfach da drüber gerutscht. Oh. Was sind das für... Slip and Sly in Mexiko ist das einfach. In Tijuana. Oh, nein. Glaubst du, der macht einen Salto oder macht der einen Bauchplatscher? Eins von beiden. Er macht einen Bauchplatscher. Oh mein Gott. Nö, er war eigentlich relativ gerade. Ja. Das war einfach nur ein simpler Sprung. Guck, genau so was hab ich auch... und hab ich mir auch Aua gemacht. So bist du gefahren, gell? oh mein gott okay wer ist ein wenig dick oh mein gott alter wie weiter geflogen alter der ist richtig weit und ein oder das passiert der sitzt einfach wohan eisek neister köpfer das war ein rückwärtsbauch klatscher und ein nein 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 und das darf man niemals machen da muss man richtig aufpassen alter können wir das noch mal gucken wir machen zurück ein locker 20 meter das ist ein reifen das ist so ein schlauch boot und dann ist ein seil dran und die anderen zwei halten das und dann wird das zeit sei wahrscheinlich von dem boot gezogen guck das boot fährt jetzt los oh mein gott gut da hinten fährt das boot ist nicht so gefährlich extrem gefährlich der ist ja locker 15 meter aufgeflogen und alle rauf so richtig in den matsch kommen wir aufeinander gelassen oh mein gott alle dieselbe brühe wo manche von den clips sind richtig hart oh mein gott aber guter das war krasse bombe krasse bombe das ist wieder der selbe clip mit dieser selben geschichte da verletzen sich einfach alle diese dinge oh mein gott der erste kann man die dafür nicht sogar kann man dafür nicht sogar probleme bekommen wenn man sowas eine der ist ja gesprungen und nein ich glaube die darf man nicht ohne ring fahren oh nein hä wer lacht da ich weiß nicht aber die lacher ist anstecken die ist unten drunter geslimmt auf die andere seite einfach aber ich meinte sie ist einfach auf die andere seite ganz normal aber der hebt ja auch nicht auf oder so ist jetzt ist es aufgefallen aber die macht halt auch gar nichts jetzt ja nur festgarten nice muss ich nicht lachen muss ich nicht lachen ne und tschüss ouch was das ist eine selbstgemachte gartenrutsche oder die sieht mega cool aus oh sie hat sich mit dem kopf angeschlagen hast du hast gelacht du hast gelacht ich habe fast genießt gerade ok aus dem ding fliegen alle leute gefühlt raus gelacht hinter weg gerannt ist die sind beide unter ist und nein das ist immer warum geld was meinst du was der für ein älger bekommen slip und fly schon wieder genau die da kann man sich richtig wehtun bei diesem slip das ist eine coole rutsche das ist eine coole rutsche das ist eine coole rutsche die sind echt gut mann ok was passiert da oh so ein sonnen es gibt voll viele so wasserhüpfburgen die sind mega cool mann ich will auch so eine wasserhüpfburg es sind immer wieder dieselben clips gell voll viele leute haben so eine wasserhüpfburg zu hause habe ich das Gefühl übel viele leute jeder hat so ein ding zu hause das sind alles so amerikanische clips aber jeder hat so eine die spritzen da einfach in dem garten schlauch und dann fliegen sie immer wieder raus ja der hat es einfach geschafft alter hat einfach seinen flip gemacht die fliegen alle raus ah nee doch nicht crazy die haben sogar gefilmt warum gibt es nicht mal sowas alter der eine hai hat ne flosse an siehst du das der eine hund hat ne flosse an meinst du genau der eine hai hat ne flosse und ne hund an alter das sah ja richtig schlimm aus was niemals wie weit geflogen der perfektes gewicht dass er sich nicht weh tut ist nicht stark nein in den dreck einfach in den dreck alter statt in den pool habe ich keine worte keine worte für wieso gut man sich so was ist das für eine rutsche alter die mega so sieht nicht gut aus und einfach ein salto in dieser rutsche gemacht hat es gelesen jeder hat so ein ding einfach zu hause jeder guck noch mal was so das ist einfach nur der replay das war schon das war schon so wer von uns hat wie viel gelacht ich schreibe es hier dran warte so da seht ihr wer gelacht ich glaube du hast auch gewonnen aber die paar clips welcher clip hat dir am meisten gefallen ich habe mir in die nase gesteckt okay wir müssen langsam dieses video beenden wir hoffen diese folge hat euch gefallen wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder haare rein leute und tschitzkowski